Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Es geht weiter mit unserer Questreihe, jawohl. Naja, gut, eine Questreihe haben wir eigentlich nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir arbeiten Quests durch ab. Und es sieht ja schon alles sehr relativ abgeschlossen aus hier. Es nimmt langsam Formen an. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht genau, wo ich aufgehört habe. Wisst ihr was, ich fange einfach mal von hinten an. So, das sieht aber schon richtig gut aus, muss ich sagen. Probleme in der Region, ich glaube, das sind ja nur Gerüchte. Das Eisnetz aus der Mine von Neshkel ist nach dem Schmelzen praktisch nusslos. Man vermutet, dass es als Teil einer mächtigen Verschwörung seitens Ammen absichtlich in diesen Zustand versetzt wird. Ja, das ist ja nichts Neues, diese Eisenproblematik und die Gerüchte und die flieghetzerischen Ansichten. Tremains Sohn. Ich habe Tremains Beltar versprochen, seinen Sohn aus dem Tempel von Ambalé in der Nähe der Docks zu retten. Dremain ist in seinem Haus gleich nördlich vom Haus der Wunder zu finden. Aha. Äh, ich kann mich daran überhaupt nicht so richtig erinnern. Das ist nicht das mit der Leiche aus dem Tempel, ne? Nö. Oder? Seinen Sohn aus dem Tempel? In der Nähe der Dock? Doch, das muss das sein, das muss das sein. Okay, ich dachte, die hießen anders. Gut, das können wir ja, wie gesagt, erst machen, wenn wir diesen einen Kranken noch finden, der ja diese Schriftrolle haben will. Den müssen wir noch finden. Dann können wir uns darum kümmern. Die Seekarten. Ich habe für Kapitän Kier seine Flasche Ballot-Bier besorgt, aber sie hat mich stolz und 100 Goldstücke gekostet. Hoffentlich weiß er den Gefallen zu schätzen. Ja, wegen den Seekarten, genau. Der Typ, das machen wir jetzt eben mal schnell. Dafür müssen wir... Wenigstens weiß ich da, wo er ist. Hier in das Action. Äh, nein, das ist nicht richtig. Ich muss in das andere Action... So, wenn ich jetzt... Moment, wo bin ich jetzt? Okay, wenn ich jetzt nördlich reise, müsste ich doch da hinkommen, wo ich hin will. Die kleine Ecke da. Genau. Da wollte ich hin. Ich hoffe, ich muss mich denen jetzt nicht nochmal erklären. Lass mich einfach gehen. Gut. So, Captain. Ich habe dein Bier. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Dieser dördige Halunke. Ah, hier ist das... Die See, sie ruft mich. Ah, das gute Gebräu, das einen ein Stechen in die Augen bringt. Getranions Balorbeer. Auf das Wohl der Händlerliga. Für alle eure guten Taten. Ein Hoch auf die Händlerliga. Ah, das tut gut. Seid so freundlich und passt auf diese Seekarten auf. Ich fühle mich ein bisschen benebelt. Wir haben sie. Die Seekarten. Ich habe einen alten Glaciers überlistet, was aber nicht so besonders schwierig war. Die Seekarten. Ähm, nochmal lesen. Die Seekarten. Ja, hier. Der verbringt Zeit in der Schenke als auf der See. Mehr Zeit in der Schenke. Okay. Ist das jetzt abgeschlossen? Ja, ist das abgeschlossen. Aber muss ich dir jetzt nicht noch irgendjemand bringen? Hm. Naja. Mit Gewalt lassen sich nur die einfachsten Probleme lösen. Die schwierigen löst man nur mit Köpfchen. Wo sind denn die Seekarten? Das hier. Das sind die Seekarten, die ihr für... Mentas von der Händlerliga erworben habt. Für Mentas aus der Händlerliga. Okay. Dann weiß ich ja, was zu tun ist. Wir tun Gutes. Ja, was wollt ihr? Ich finde, diese Quests sollten erst abgeschlossen sein, wenn ich es auch abgegeben habe. Ja, ich kümmere mich gleich um. Denn so müsste ich eigentlich theoretisch auch nochmal die abgeschlossenen Quests durchchecken, ob ich die wirklich auch abgeschlossen habe. Äh. Bin euch weit vor Ort, Chef. So, Händlerliga war das hier. Ja, ich glaube schon. Hier unten. Bin euch weit vor Ort, Chef. Mentas. Ob hier generell noch jemand war, was ich machen muss. Da ist noch eine kleine Taverne, da können wir mal vorbeischauen. Ansonsten Tränkeladen. Hm. Aber ich glaube, die waren alle nicht so berauschend. Nee. Erstmal die Quest abgeben. So, ich suche einen Mentas. Ich stehe ganz oben auf meiner Liste. Aber hier gibt es doch keinen Mentas. Hier war doch der Kampf mit, äh... Mit den Doppelgängern und... Obwohl, doch, wartet mal, da gab es noch zwei Bestiege oder so. Ist einer von den Mentas. Hier. Brandalier. Altes, nö. Ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es hier einen namens Mentas gab. Es gab es doch nur die zwei. Das ist halt alles Kaufmänner. Das habe ich auch noch so halb in Erinnerung. Hm. Und da gab es nicht noch eine Händler-Liga. Gab es da nicht noch so eine Zweigstelle? Äh, ich will mal nach oben gucken. Aber da war ja auch nichts mehr. Aber nur gekämpft wie irre. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich wieder toll, ne? Was hast du dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, da können wir das jetzt erst mal nicht abgeben. Ich bin euch weit vor Ort, Chef. Das sind nur die Wächter. Ach, ist das immer wieder toll, wenn man... Wenn man so etwas gemacht hat und es geht nicht weiter. Das finde ich ja nicht so dolle. Ach, ich gehe mal in das Witzhaus da. Bleibt hier im Regen stehen. Ich brauche euch nicht. Ich bin deprimiert. Ich will mir jetzt einen saufen, weil ich Mentas nicht gefunden habe. So, gibt es hier jemand Tolles? Nicht mal irgendjemand. Der was von mir möchte. Das ist doch traurig. Es gibt hier nur Bürger und Spieler. Ah. Okay. Enno. Wo ist Mentas? Naja. Äh, ich habe keine Ahnung. Leider. Hm. Was ist hier? Kann ich auch wieder in random Häuser rumsuchen? Nö. Steht ganz oben auf meiner Liste. Äh. Da, 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 da. Gemischt war... Gewicht war... Die kann ich mir schenken, wenigstens. Zum alten Knacker. Da war ja nichts mehr los. Tränke laden. Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich hier noch was Spannendes finden werde. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Außer aufgebrochene Häuser. Ja. Äh. Das ist die Händler-Liga. Nee. Was war denn das jetzt für ein Haus? Hä? Bin euch weit voraus, Chef. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Was habe ich denn hier verbrochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ach. War ich das letzte Mal nicht schon? Mit dem Kampf? Bin euch weit voraus, Chef. Ach, dieser Mentas, ey. Die sind mich immer alle quellen mit ihrer Abwesenheit. Tränke laden. Aber hier scheint ja echt nichts zu sein ansonsten. Das muss irgendein Typ sein, der zwar bei der Händler-Liga arbeitet, aber nicht dort drinnen ist. Wo ist eigentlich der Rest meiner Crew? Ja, ich brauche eure Anwesenheit. Wo seid ihr denn? Ich sehe sie gar nicht. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir einfach so. Geht alle dahin. Wir werden uns schon wieder finden. Ich bin euch weit voraus, Chef. So, ah, da sind sie ja. Alles klar. So, der Lepp. Okay. Aber ich meine das mit den Seekarten. Diese Quest hätten wir sehr, sehr früh bekommen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich das schon lange mit mir rumschleppe, dieses Quest. Aber, ähm, hier ist auch nichts. Geh nochmal schauen. Oh. Stellt euch nicht so an. Elfgesang, Archion. Nee. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir natürlich auch gerne helfen, ähm, falls ihr das noch in Erinnerung habt. Wo, wer, was. Ähm, dann werde ich dem natürlich liebend gerne nachgehen. Aber so bleibt mir nichts anderes übrig, als ich versuche meine Quests weiterzumachen. Ich war hier schon lange nicht mehr. Wo ist Haus der Wunder? Ragefast? Haus der... Ja gut, was heißt, ich war schon lange nicht mehr. Haus der Dame waren wir erst letztes Mal. Aber... Nee, hier ist anscheinend auch gar nichts, ne? Ragefast. Ähm, Haus der Wunder konnten wir einmal die Sache stehlen. Was war hier? Gehen wir mal schnell da rein. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ach ja, ist das so toll. Aber es ist nicht mehr viel. Vielleicht noch ein, zwei Parts absuchen und dann können wir langsam uns um die Hauptquest kümmern. Ich werde die Auswärtsmission, äh, die Nebenquests werde ich erst machen, wenn wir aufgrund der Hauptquests sowieso Ubaldustor verlassen müssen. Dann können wir das auf dem Weg ja gleich mitnehmen, die zwei, drei Dinger, die es da gibt. So viel ist es ja nicht. So, ihr dürft jetzt gerne auch hier reingehen. Ah, das ist dieser... Das ist der, wo er seinen Sohn haben will. Aber da ist ja ein Sohn. Dem kann ich nicht reden. Er holt die Würfel und das Spiel beginnt. Okay. Jetzt haben wir das wahrscheinlich zwei Söhne oder was soll's. Ähm, okay, gut, dann... Aber das... Oh, das sollte ich... Wartet mal, das sollte ich mir merken. Wie heißt der Typ? Tremaine, Trebelt, äh, Zeribut, äh... Ach, ähm... Ähm, Typ mit Sohn. So. Okay. Das wollen wir nicht vergessen. Okay. Ja, dieser eine... Also, ne, warum ich halt immer wieder in den Häuser suche... Ich vermisse halt immer noch diesen einen Typen, der krank ist... ...dem ich die Schriftrolle geben muss. Das wäre halt echt hilfreich, wenn ich die mal finden würde. Okay, gehen wir. Kann ich da noch in ein Haus rein? Nee. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Deswegen bin ich hier so... ...verzweifelt auf der Suche immer noch. Ähm, wer fehlt denn jetzt wieder? Hallo. Immer die gleichen. So. Hier. Was haben wir denn da für ein Haus? Und hier echt keiner mehr? Steht ganz oben auf meiner Liste. Nö, da ist gar niemand. Ach doch, da. Dekrote. Ah. Sag mal. Du wolltest doch den Baldoran zählen. Das haben wir doch auch schon gemacht, oder? Ihr benötigt etwas, Fremde. Vielen Dank, dass ihr mir den Helm von Baldoran bringt. Es macht Spaß, mit euch Geschäfte zu machen. Hier ist eure Bezahlung und ich nehme den Helm. Jetzt muss ich weg. Aber ich lasse euch in der Obhut meiner Diener, die euch hinaus begleiten werden. Meine Diener sind nicht gerade für jeden Satz bekannt, also bitte ich an eurer Stelle so schnell wie möglich gehen. Die habe ich alle schon getötet. Oh. Du hast neue Diener. 5000 Gold. Er hat... Äh, warum ist das... Was ist das für ein Kerl, ey? Ich muss erst alle seine Diener töten, damit ich eine Quest annehme. Dann kriege ich einen Haufen Geld. Jetzt darf ich wieder Diener töten. WTF? John, du gehst am besten erstmal hier raus. Ah, John, wo ist denn für dich der Ausgang? Oh, Gott, ey. Irgendwie ist dieser Magier, ich hätte den vielleicht auch mal töten sollen. Ich weiß nicht. Der wirkt... Was ist denn los, John? Weißt du nicht, wo der Ausgang ist? Oh, shit, ich komme nicht raus. Hilfe! Ach, komm, das ist jetzt aber ein bisschen dreckig. Ich will doch nur... Toll, ich werde umzingelt. Okay, dann kommt, Leute. Helft mir. Was ist denn der Scheiß? Ganz ehrlich. Naja, ich komme jetzt nicht mehr raus. Kann ich verhacken. Das schafft John nicht alleine. Wenn die jetzt alle auf ihn einschlagen. So ein Scheiß, ey. Ganz ehrlich. Das war jetzt echt... Scheiße. Ja, bis die jetzt mal kommen. Aber dass der nicht rausgelaufen ist. Ich habe ihm zweimal die Tür... Unglaublich dumm. So, aber das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Okay, warte. Wo habe ich jetzt angesetzt? Habe ich nicht damit rechnen können, dass der so reagiert. Da hoch und gleich das nächste Haus, ne? Mann, 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 Mann. Jetzt gehen wir natürlich alle Manne hier rein. Auch wenn es total blöd ist zum Kämpfen. Oh, ich dachte schon, steht da nicht alleine rum. So. Na gut, Deckhotel. Ich verstehe dich zwar nicht, warum du so bist, wie du bist, aber... Jetzt schaffen wir das schon irgendwie nicht. Natürlich. Warte mal, wo bist denn du? Du stehst hier. Ne, ne, warte mal. Das war Imon, die geschrien hat, oder? Shit, das ist ganz schön schwer, die Flieger. Glaub ich. Oh. Oh. Das schaffe ich nicht. Alle Mann raus. Wird doch schon so auch nicht klappen. Jetzt hängt da wieder irgendjemand fest, nehme ich mal an. Ey, was geht denn ab, ey? Was sind das für kranke Wachen? Oh, ne, und da hängen schon wieder Leute fest. So. Ah, gut, er hat... Ne, das ist kein Festhalten. Außerdem ist jetzt, liegt er gegen Immun, meine ich. Aber vielleicht können wir jetzt aber killen. Oh, ich treffe halt voll nicht, ne? Och, jetzt schaffen wir es wegen ihm nicht, weil er nicht da rauskommt. Ist das gemein. So bescheuert, ey. Ich schaffe den Kampf nicht. Meine Güte. Nee, das ist zu viel auf einmal. Das schaffe ich nicht. Das ist total krank, ey. Warum macht dieser Magier das? Wenn ich ihm doch geholfen habe. Was ist denn los mit ihm? Habe ich nicht Kriegs-Helf gemacht? Ja, gut, ich muss sehr an das Hand haben. Ich versuche jetzt halt noch einmal, mit John da schnell rauszukommen. Das ist total... Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das nicht ging. So, John, geh raus. Seht ihr, was der tut? Ich habe... Also, das ist doch nicht... Okay, okay, weil... Hm. Das ist doch echt bescheuert. Ah, sie sind unsichtbar deswegen. Ja, okay. Das ist okay. Unsichtbar am Eingangstor. Das ist doch echt behämmert. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Brauche ich die anderen doch. Mann, Mann, Mann. Vielleicht schon ein paar Tiere beschwören? Ja, das könnten wir probieren. Damit die abgelenkt sind da oben. Und ihr stellt euch... ...da hin. Ja, ich kümmere mich gleich um. Da kommt es auch rein. So, Immoan. Dein Schwert. Du. Dein Stab. Du. Das. Okay. Gut. Ähm. Tiere. Also, ich muss gucken, dass ich da irgendwie rauskomme und die dann einzeln mache. Auf einmal ist das nicht möglich für mich. Ah, da haben wir ja die neuen Sachen. Fällt mir gerade ein Todeswolke. Und Beherrschung. Aber gut, Beherrschung bei den Viechern würde es wahrscheinlich nicht klappen. Die Todeswolke. Das wäre natürlich eine geile Sache. Aber die bleiben ja nicht hier. Na gut, machen wir erst mal das mit den Tieren. So, jetzt musst du da hin. Ja, jetzt kommt schon die Kampfmucke dabei. Da hat noch gar keinen Grund. So, jetzt muss es schnell gehen. Denn, äh, der Baro Pirscher, der ist hier. Der muss sterben. Oh, da kommen schon die anderen auf mich zu. Toll, der hat ja viel ausgehalten da oben. Ganz toll. Töte den uns sparen Pirscher. Oh Gott, wie sie alle nicht einfach nichts treffen. Das ist so lächerlich. Was für ein Level sind die denn? Ah, Shahera, die hält wenigstens was aus. Da schlagen sie zu... Gott sei Dank auf die richtige. Aber komm schon. Komm schon. Oh, 3000 Erfahrungspunkte. So, und jetzt raus, Leute. Hoffentlich bleibt jetzt niemand hängen oder so. Oh, oh Gott. Ja, geht einfach... Ja, komm, geh da außen rum. Mach's mit schon. Warte mal. Ein bisschen taktisch positionieren. Was heißt taktisch? So, wer fehlt jetzt noch? Yes, Dick. Okay, komm. Wenn ich jetzt Glück hab... Ah, nee. Die anderen kommen auch. Aber bitte nicht wieder umzingeln. So. Ja, 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 ja. Schon da. Alle auf ihn. Schleck die mal noch auf... Shahera. Okay, den haben wir gleich. Aber zwei Stück von denen, ne. Das ist nicht einfach. Ich könnte es ja trotzdem mal probieren mit der Beherrschung. Vielleicht klappt es ja. Das wäre echt hilfreich, wenn es klappen würde. Wenn einer auf unserer Seite kämpfen würde. Hat nicht geklappt. Das hab ich mir schon gedacht. Schade. Okay, der ist gestorben. 2000 Erfahrungspunkte. Ich glaub, wir schaffen's diesmal. Wenn nix dummes passiert. Ähm... Nee, Todeswolke wäre jetzt Quatsch. Mach mal deinen Lebensentzug. So. Sie treffen halt Shahera so gut wie nicht. Das ist der große Vorteil. Jetzt schlagen sie auf Yeslik ein, aber... Egal, es sind nur noch zwei. Vielleicht blieb auch der ein oder andere im Haus. Komm, das krieg mal hin. Äh, du könntest was machen. Komm schon, leg dich hin. Wie sechs auf ihn einschlagen und einfach nichts treffen. Manchmal sieht das echt lächerlich aus. So, noch einer. Dieser Magier, ey. Was hab ich dem nur getan? Komischer Kauz. Hopp, komm schon. Das macht mich nicht traurig. Oh, Mist. Ich hab nix Großes mehr zum Heilen. Ein bisschen schwere Wunden. Gut. Den Rest schaffen wir jetzt auch noch. Komm. Ah, es geht auch nix um ne bessere Location im Kampf. Und schon sieht das Ganze ganz anders aus. Meine Güte. Oh, ich bin schon wieder voll. Okay, das war echt knackig, muss ich sagen. Halt, was hab ich hier? Das kann alles weg. Der Kram, den ich da bekommen hab. Beide kommen da rüber. Hui, hui, hui. Aber, ja, mal ein knackiger Kampf hier zwischendurch. Warum auch nicht? So, das müssen wir uns erst mal heilen hier. Und dann schauen wir noch mal ins Haus rein, ob wir da noch irgendjemanden vergessen haben. Oh, das wird jetzt ein bisschen dauern, weil ich nur noch die kleinen Zauberchen hab. Soll denen ja gut gehen. Achaheer hat uns jetzt echt mal wieder gerettet mit ihrer Superrüstung hier. Das ist so geil. Wie selten die getroffen wird. Jeder andere wäre da zweimal gestorben. So, wie sieht's aus? Langsam. Wieder vernünftig. Ne, ne, ach, das wollte ich jetzt nicht. Ups. War mein Finger ein bisschen zu schnell. Weil er hat keine Heilung mehr. Ähm. Ah, den Mittlerer hab ich auch noch. Ja, aber das passt, denk' ich. Obwohl, komm, gehen wir schon noch die Kleine. Und ich mach noch meinen auf ihn. Bei Nira lohnt es jetzt nicht wirklich. So. Okay. Gucken wir mal im Haus, was übrig blieb. Wenn überhaupt. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ja, ne, find ich auch. So, ähm. Ist da vielleicht noch unsichtbar oder irgendetwas? Hallo? Hat ich noch Geld? Hey, jetzt kann ich ja... Jetzt, wo er weg ist, kann ich ja mal hier noch ein bisschen gucken. Wenigstens ein Vorteil. Ah, ja. Schienenpanzer. Wahrscheinlich aber nur ein Plus Eins, ja. Noch was? Äh, nö. Und ich denke, den Rest hab ich, ähm, bestimmt erkundet. Ja. Okay. Ja, das war doch schick. Was war denn das jetzt? Ach so, ja, äh, seine Rüstung. Okay, Leute. Wir können weitermachen. Die Quest wäre auch abgeschlossen. Wir können nochmal hier kurz gucken. Äh, fing mit D an. Äh, ist ja alles... Eigentlich alphabetisch geordnet. Ich suche mich da immer... Wie blöd. Einer ab. Ne, es fing nicht mit D an. Duoloksturm. Oh mein Gott. Ne, ähm. Bevor der kampflos ging. Boah, das macht sich was an, ne? Hm. Ah, hier. Äh, der Helm. Der Helm von Baldurans. So. Da wollte ich nochmal kurz reingucken. Oder ist das doch nicht alphabetisch geordnet? Ich finde es gerade nicht. Da. Nö. Der Basilisk. Nö, irgendwie ist das doch durcheinander. Ah. Ne, finde ich gerade nicht. Ach, die Sache mit Nadine und Eury ging ja noch weiter. Das stimmt. Das war ja auch noch nicht fertig. Ach Mist, wo waren Nadine nochmal? Habe ich die gekennzeichnet? Ich glaube nicht, ne? Aber ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich meine es zu wissen. In der Mitte. Irgendwo am Rande eines Hauses. Glaub ich. Hier. Wow, wenn das stimmt, ne? Mal gucken, wie das weitergeht. Der Knirps war ja wirklich ein bisschen seltsam. Nimmt den Talisman seiner Mutter und sagt, no, ich bleib in der Taverne. Ich komm nicht mehr nach Hause. Also irgendwie wirkte das sehr strange. Da die Quest weitergeht, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und so. Hallo, Nadine. Das war sehr gütig von euch. Was Eury angeht, er wird nach Hause kommen, wenn er dann zu bereit ist. Lasst mich euch als Zeichen meiner Dankbarkeit diese Halskette geben. Ich weiß gar nicht, ob sie etwas wert ist. Sie ist eine Art Familienstück. Okay, 300 Erfahrungspunkte. Nadine geht jetzt. Ja, das ist ein bisschen strange. Oh, Rufverbesserung. Und, äh, tja, noch mal so eine Halskette bekommen. Ich glaube, die kennen wir schon. Oh, ich habe keine Zauber mehr. Okay. Dann muss das Ding warten. Aber das ist bestimmt so eine... Zumindest vom Aussehen her ist sie... Das hier. Geschosshalskette. Okay, danke, Nadine. Was wollt ihr? Dann brauche ich sie jetzt doch nicht mehr zu kennzeichnen. Okay. Ja, das ging jetzt flott. So. Aber es muss ja auch mal schnell gehen. Ah, das war jetzt wieder eine Quest, wo ich was abgebe und dann ist sie erst abgeschlossen. Vielleicht muss ich mich mit den abgeschlossenen ja doch nicht, ähm, rumreißen. Ähm, wobei es halt... Ein bisschen seltsam ist es halt schon manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass da noch was kommen müsste. Naja. Die Leute in Ulgortsbad sind nicht gerade begeistert von... Ah, das war der. Der ist in Ulgortsbad. Dann habe ich wenigstens das Rätsel jetzt auch gelöst. Sehr gut. Ähm, stimmt. Der wollte die Karten haben. Okay. Alles klar. Auswärtsmission. Dreamman's Zone. Probleme in der Region. Ähm, und deswegen ist die... Ah, jetzt ergibt alles ein Sinn. Die Quest ist abgeschlossen, weil hier die Quest noch offen ist. Also kann ich mich auf das abgeschlossen doch verlassen. So. Das freut mich. Ich habe schon Befürchtung gehabt. Ich muss hier alle abgeschlossen auch nochmal durch sie gehen. Ähm, wachsende Spannung mit Am. Im Volk keine Befürchtung. Die Schattentiebe wird ein Kundschafter für eine Invasion aus Am arbeiten. Doch diese Gerüchte sind vielerzahl reicher als die Beweise dafür. Das Seelenräuberdeutsch. Das ist natürlich auch in Ulgotsbad. Das kennen wir noch zu gut. So. Ja, Quints Freund. Das ist das, was ich nicht machen kann. Oder? Ein junger Knob namens Quint hat mir erzählt, dass einige an ganz nahe Baldur und Süd vor Unheil angerichtet haben. Gleich nördlich vom Haus der Hexe Tenia. Was? Wo? Nahe Baldur's Tor am Süden. Ah ja, das, wo ich die gewisse Anzahl töten sollte, ne? Also auch eine Auswärtsmission. Sein Freund Nestor wurde bereits von ihnen getötet und Quinn hat mich gebeten, dorthin zurückzukehren. Und Nestor sterbt durch Überrasse für die Beerdigung zu suchen. Ich meine, ich hätte die sogar schon gesehen. Ich meine, ich hätte eine Leiche gesehen, ja. Es ist auf jeden Fall eine Auswärtsmission. Ähm, Gefangene der Knolle. In der Knollfestung im Süden wird eine... What the fuck, was kommt hier jetzt mit der Knollfestung in Kapitel 5? Das ist doch die Sache mit Minsk. Sie könnte noch am Leben sein, denn ihre Wächter halten anscheinend... ...Ingott von ihr fern. Aus wohlbegründem Verdacht, dass der Knoll sie verspeisen könnte. Oder ist das doch was Aktuelles? Das ist auf jeden Fall eine Auswärtsmission, dem muss ich noch nachgehen. Marek und Lothander. Jalander misst mir, hat eingewilligt, Lothander zu heilen. Soll ich aus dem Tempel von Timora... Das ist ein heiliges Buch... Ja, das habe ich doch gemacht. Wieso ist das noch... Lothander, Moment. Nee, ich habe diesen Gurok, oder wie er heißt, geheilt. Aber keinen Lothander. Lothander hat uns geheißen, zur funkelnden Klinge zu kommen. Wenn wir etwas gegen den ihm lasten... Oh, okay, ja, das, ne, sowas könnte ich gerne öfters mal haben. Okay, funkelnde Klinge. Aber ich habe einen Lothander. Ich war doch in der funkelnden Klinge schon ein paar Mal. Da war doch kein Lothander. Gucken wir mal, vielleicht ist das mein zweiter... Ja, das muss doch mein zweiter kranker Typ sein. Dann hätten wir das endlich und dann könnten wir den Tempel von Ombalee aufräumen. Aber das wäre ja mal geil. Dann war das doch ein sehr ergiebiger Part. Ich hätte es ja nicht mehr geglaubt. Und, ähm, hier, funkelnde Klinge. Jetzt muss doch dieser Lothander hier auch drin sein. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber wenn er es sagt, er ist dort. Aber ich habe doch... Ja gut, die Schriftrolle. Doch, mal gucken. Gaxia... Ja, ich kümmere mich gleich drum. Äh, Tehera, Jess, Lothander, das steht da. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, mein Leben ist ein viel loses Durcheinander. Wie ist es euch ergangen? Habt ihr ein Mittel gegen den Geist gefunden? Wir haben euer Heilverfahren, aber wo ist das Gegenmittel für das Gift? Ja, das ist der Typ. Der hat ja den Mist behauptet mit dem Gift. Äh, dass wir in 24 Stunden sterben. Das ist der Typ, den ich gesucht habe. Yes! Wohl an, dann. Äh, ihr habt hier die Hälfte... Hier habt ihr die Hälfte des Gegengifts. Marek hat die andere Hälfte. Ihr findet ihn im Wirtshaus zu erröteten Nixe. Das ist alles, was ich für euch tun kann. Aha. Also er gibt mir wirklich ein Gegengift. Die Hälfte von dem Gegengift. Marek. So, Lothander hat uns die Hälfte des Gegengifts gegeben und errötete Nixe weitergeschickt, wo wir von Marek die andere Hälfte in Empfang nehmen können. Warum auch immer. Wo ist die Hälfte? Lothanders Gegengift. Lothander stand da keinen sichtbaren Nutzen zu haben. Jedoch wird hoffentlich seine wahre Wirkung offenbar, sobald er mit Mareks Hälfte des Gegenwärts für mich... Ja, und ich wette mit euch, dass Marek uns dann irgendwie sagt, dass das alles nur Lug und Trug war. Denn wir sind schon... Es könnte allerdings auch nur einfach gefärbtes Wasser sein. Ja, da sind schon so kleine Heinz drin, dass das einfach nur eine Verarsche ist. Ganz ehrlich, wer glaubt denn den Mist? Aber es ist ja trotzdem mal was anderes. Ja, super Leute. Wir haben viel geschafft. Wir gehen das nächste Mal natürlich noch zu Marek, zur erröteten Nixe. Wir werden feststellen, dass das alles nur Quatsch ist. Dann haben wir im Tempel von Ambali nichts mehr zu tun und können diesen Sohn rausholen. Wenn nötig mit Gewalt. Und dann sind wir eigentlich durch. Ja, dann gucke ich noch einmal. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben uns hier ganz gut durchgemausert. Wir waren hier bei Marek. Und dann Untersuchung des Eisendrohns ist natürlich die Hauptquest. Und Ferington Formel etc. Das haben wir schon gemacht. Das ist eine Auswärtsmission. Und dann sind wir durch. Ja, also wir werden das nächste Mal Baldurs Tor, die Nebenaufgaben zumindest, abschließen. Und können mit der Hauptmission weitermachen. Das ist doch schön. So, das war lustig. Das nächste Mal dann geht's weiter, wenn es hier wieder heißt Let's Play Baldurs Gate. Bis dann. Bis dann. Bis dann.